Man braucht viel Geduld, körperliche Begabung und Fitness, um einen Sitz zu erlernen, der nicht nur die Bewegung des Pferdes aufnehmen, sondern auch fördern kann. Um das Gefühl der Bewegungen auf dem Pferd zu erlernen, bietet das Voltigieren vielfältige Möglichkeiten. Die Sitzschulung an der Lounge ist ein unerlässlicher Bestandteil der reiterlichen Ausbildung. Ich habe hier einen federnden Widerstand nach hinten und außen. Jetzt bist du stabil im Rumpf und den Arm und Bein bist beweglich. Die Ausatmung fördert eine positive Körperspannung und lässt den Reiter tiefer in den Sattel sinken. In den Wendungen kann die Reiterin mit dem Sitzkissen deutlich spüren, ob sie senkrecht über dem Pferd in der Bewegung bleibt oder ob sie nach außen gesetzt wird, wie wir das hier deutlich sehen.